Chaos, Wetter über Weihnachten und das auf der gesamten Nordhalbkugel. Bei uns kräftiger Regen, hohes Sturmpotenzial, Hochwassergefahr im Westen und im Süden von Deutschland. Und in Asien und Nordamerika, da herrscht Rekordkälte. In Kanada werden aktuell Temperaturen um die minus 50 Grad gemessen. Selbst für diese Region sind das aktuell tatsächlich Rekordtemperaturen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Wir schauen gleich mal, was erwartet uns in Deutschland über Weihnachten. Wie heftig wird es werden in Sachen Regen. Und wir schauen mal, wo ist es kalt, wo steckt die Kälte. Der Winter ist nicht weg, er ist eben nur woanders. Ja und gestern, da war es bei uns in Deutschland auch schon wieder frühlingshaft warm. Temperaturen knapp 16 Grad in Freiburg. Besonders interessant hier Bad Neuenahr-Ahrweiler. 14,9 Grad, aber auch in Kaiserslautern Temperaturen über 13 Grad. Liegt beides in Rheinland-Pfalz. Ebenfalls in Rheinland-Pfalz liegt Bad Kreuznach an der Nahe. Dort gerade mal zwischen 3 und 4 Grad zur gleichen Zeit, als in Bad Neuenahr-Ahrweiler knapp 15 Grad gemessen wurden. Das heißt, da war diese kalte Luft, diese träge kalte Luft immer noch vorhanden. Aber jetzt wird sie auch dort weggeschoben. Und in den nächsten Tagen wird es überall in Deutschland noch ein bisschen wärmer werden. Auch gestern schon im Saarland zum Teil 13 Grad, Richtung Nordrhein-Westfalen 13, 14 Grad. Es war warm gewesen, aber diese Wärme kann sich stellenweise nochmal verstärken. Das krasse Gegenteil aktuell über Nordamerika. Ein massiver Kaltluftvorstoß über Kanada und den USA zum Teil runter bis nach Texas. Temperaturen in Dallas um die minus 10 Grad. In den nächsten Tagen genau über Weihnachten, dann wird es wieder wärmer dort. Und auch in Mexiko sehr kalt über die Weihnachtsfeiertage. Dort ist der Winter zum Teil mit einem ordentlichen Schneesturmpotenzial. Und genauso heftig sieht es auch in Asien aus. Da gab es auch aktuell in Japan einen kräftigen Schneesturm mit 1 bis 2 Meter Neuschnee. Und das ist die Temperaturkarte für einen Tag vorm Heiligen Abend. Hier von Südkorea bis nach Japan. In China überall eisig kalt, Temperaturen unten am Erdboden tagsüber um die minus 10 bis minus 15 Grad, nachts unter minus 20 Grad. Dort überall ist der Winter auf der Nordhalbkugel unterwegs. Nur bei uns in Deutschland, da fällt das Ganze etwas um. Wir hatten bisher Winterwetter, einen deutlich zu kalten Dezember. Aber der Dezember ist nun komplett am Kippen. Das bekommen wir am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die ganz frische Prognose der Amerikaner. Und wir sehen hier teilweise plus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. In Asien waren es eben minus 20 bis minus 25 Grad in 1500 Metern Höhe. Ähnlich auch in Kanada und den USA. Dort zum Teil bis zu minus 30 Grad in 1500 Metern Höhe. Bei uns dagegen plus 10, plus 11 oder plus 12 Grad. Um uns herum kalte Luftmassen, aber genau hier über Mitteleuropa, da kommt die Wärme an. Zumindest viel heizen müssen wir über die Weihnachtsfeiertage nicht. Momentan ist der Dezember immer noch zu kalt. Um 2,4 Grad liegen wir unter dem Klimamittel drunter. Es ist der kälteste Dezember seit 2010. Aber wenn nun diese vielen sehr milden Tage kommen, dann wird der Dezember am Ende noch leicht zu warm enden können. Und dann ist genau das eingetreten, was im Grunde Noah vorhergesagt hatte. Als Überblick für den Dezember wurde berechnet ein 0,5 bis 1 Grad zu warmer Dezember. Und das könnte noch klappen aufgrund der hohen anstehenden Temperaturen. Und Noah gibt ja immer nur einen Überblick über den ganzen Monat. Wie warm oder kalt wird der gesamte Monat ausfallen? Dabei wird nicht beachtet einzelne kalte Bereiche und Abschnitte oder die Gesamtbilanz. Und damit liegt vielleicht Noah am Ende doch gar nicht so schlecht. Wir schauen auf die Niederschläge. Bisher gab es 19 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit ist das Soll zu 30 Prozent erst erfüllt. Beim Sonnenschein gab es 27 Stunden. Das Soll ist hier schon zu 70 Prozent erfüllt. Aber gerade hier dieses Niederschlagsoll, das wird spätestens nächste Woche, Dienstag, Mittwoch voll erfüllt sein. Da kommt nämlich richtig viel vom Himmel runter. Und die Kälte wird erstmal aus Deutschland komplett vertrieben. Hier aus West- und Südwesteuropa, da kommen die milden Luftmassen. Die Isobaren sind sehr dicht beieinander. Das heißt, da ist viel Wind mit im Spiel. Ein sehr hohes Sturmpotenzial. Heute am Mittwoch viele Wolken. Immer wieder Regen, wenig Sonnenschein. Die Temperaturen im Norden 6 bis 8 Grad, sonst 10 bis 11 Grad. Hier im Südosten 5 bis 9 Grad. Weitgehend überall frostfrei. Aber eben immer wieder Regen. Auch in der kommenden Nacht eine neue Regenfront. Hier aus Westen sehr windig, teilweise stürmig. Nur im äußersten Osten noch kühl mit 2 bis 3 Grad. Hier teilweise Bodenfrostgefahr. Und die Gefahr von glatten Straßen. Ansonsten sehr mild bei Temperaturen um die 6 bis 7 Grad. Der Blick auf den morgigen Donnerstag. Viele Wolken sehr windig. Zum Teil Sturmböen in Hochlagen oder auch mal schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde. Temperaturen so um die 7 bis maximal 12 Grad. Also weiterhin deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und aus den Wolken fällt zum Teil kräftiger Regen. Besonders im Stau der Mittelgebirge. Und dieser Regen verstärkt sich auch noch mal am Freitag. Besonders hier in der Landesmitte. Lang anhaltender und ergiebiger Regen. Von Rheinland-Pfalz über Hessen bis rüber nach Thüringen und Sachsen. Kräftiger Dauerregen. Die Temperaturen im Süden 12 bis satte 17 Grad am Oberrhein. Nach Norden 6 bis 10 Grad. Auch hier mild ab und zu im äußersten Norden. Auch mal die Chance auf ein klein wenig Sonnenschein. Und dann der Heilige Abend. Was bringt er uns? Naja, keine weißen Weihnachten. Das war seit Tagen ja schon klar gewesen. Auch keine Luftmassengrenze oder irgend so ein Gedöns. Es wird einfach nur mild. Von Norddeutschland bis nach Süddeutschland Temperaturen am Heiligen Abend 7 bis 11 Grad. Viele Wolken, immer wieder Regenschauer. Hier in den westdeutschen Mittelgebirgen zum Teil kräftiger Dauerregen. Steigende Flusspegel sind hier ein Thema. Ein leichtes Hochwasser ist hier nicht ausgeschlossen über die Weihnachtsfeiertage. Und auch am Heiligen Abend bleibt es in ganz Deutschland sehr windig bis stürmisch. In den Hochlagen zum Teil noch schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es sehr mild. Im Süden ist fast schon Weihnachtsgrillen angesagt. Bei Temperaturen um 13 bis 14 Grad. Aber es gibt schon wieder neuen kräftigen Regen hier im Westen und in der Landesmitte. Besonders im Stau der Mittelgebirge. Die Flusspegel steigen munter weiter an. Aber auch hier im süddeutschen Raum. Tauwetter bis in die höheren Lagen der Alpen. Das heißt auch hier kommt ordentlich viel Schmelzwasser nach. Die Temperaturen im Norden 8 bis 9 Grad. Viele Wolken windig. Aber hier doch etwas weniger Regen als im Süden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird es dann richtig frühlingshaft. Im Süden Temperaturen 14, 15 Grad. Und das teilweise bei Sonnenschein. Wenn man da rausgeht, hat man in der Sonne das Gefühl, der März oder April sind schon da. Ja, es ist viel zu warm für die Jahreszeit. Nach Norden etwas kühler. 7 bis 9 Grad werden hier gemessen. Hier mehr Wolken, weniger Sonnenschein. Aber überall könnte es dann mal weitgehend trocken bleiben. Wie geht es danach weiter? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Es bleibt sehr mild. Am Dienstag 8 bis 16 Grad. Am Mittwoch 7 bis 13 Grad. Und der Donnerstag 8 bis 13 Grad. Insgesamt anfangs viele Wolken. Ab und zu Regen. Zum Donnerstag dann weitgehend trocken. Und das hier ist die Prognose nach dem ganz frischen Lauf der Amerikaner. Das sind aber nicht die einzigen Modelle, die es gibt. Wir gucken gleich mal zu den Kanadiern und auch zu den Europäern. Aber zunächst bleiben wir hier bei den Amerikanern. Die frischen Berechnungen für den Heiligen Abend in 1500 Metern Höhe. Nur so ein bisschen kühle Temperaturen noch um 0 Grad am Heiligen Abend. Aber dann ist alles quasi verschwunden, was diese kühlen Temperaturen angeht. Am ersten Weihnachtsfeiertag plus 2 bis plus 6 Grad in dieser Höhe. Das heißt, das kann natürlich mit Winterwetter so überhaupt nichts werden. Wir haben keine Kaltluft in der Höhe. Da wird das nichts. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag wird es noch wärmer. Im Süden zum Teil 10 bis 12 Grad in 1500 Metern Höhe. Was das für die Wintersportgebiete in den Alpen bedeutet, brauche ich, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Da herrscht Tauwetter bis in die höchsten Lagen teilweise von den Alpen. Und wir blicken weiter auf den Silvester. Auch der ganz frische Lauf der Amerikaner. Und siehe da, es tut sich einfach nichts mehr. Um die 8 bis 9 Grad. Die Westwetterlage bleibt voll erhalten. Es ist, als hätte jemand einen Knopf, einen Schalter umgelegt. Es bleibt einfach bei der milden Großwetterlage. Ja, und stürmisch wird es eben auch. Das hier sind mal die Spitzenböen bis zum nächsten Mittwoch. Und wir sehen besonders hier im Westen, im Nordwesten, an der Nordsee, aber auch von Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz, da ist ein hohes Sturmpotenzial gegeben. In den höheren Lagen 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. In den Gipfellagen vom Harz beispielsweise auch mal bis zu 120 Kilometer pro Stunde. Also auch Orkanböen können hier und da drin sein. Aber in ganz Deutschland bleibt es über Weihnachten ziemlich windig. Und teilweise besonders im Westen auch sehr stürmisch. Und das ist die aller, aller, allerletzte Wetterkarte heute Morgen der Amerikaner. Heilige Drei Könige, der 6. Januar. Und was sehen wir da? Milde, windige Westwetterlage. Die Isobaren sehr eng gedrängt. Sturm über Deutschland, auch zum Start in den Januar hinein. Der Hauptlauf der Amerikaner, der möchte heute Morgen überhaupt nichts mehr von irgendwelcher Kälte wissen. Aber wir haben auch noch andere Wettermodelle. Das kanadische Wettermodell. Hier ist Deutschland und das ist die Prognose für nächste Woche Mittwoch. Mittwoch nach Weihnachten. Und siehe da, da wäre richtig viel Höhenkälte wieder da. Aber auch nur kurze Zeit. Donnerstag, Freitag flutscht das Ganze weg. Und dann schwappt schon wieder hier die milde Luft zu uns nach Deutschland rein. Und jetzt noch der Blick auf den Zwölferlauf von gestern von den Europäern. Und siehe da, auch die haben diese Kälte drin. Am nächsten Mittwoch nach Weihnachten kommt kalte Höhenluft. Zumindest bei den Kanadiern und bei den Europäern ist das weiter drin. Wir schauen gleich mal am Ende vom Video, was der neuste, der frische Lauf der Europäer sagt. Bleibt es bei dieser Kälte nach Weihnachten? Es ist wirklich da sehr spannend. Aber erstmal der Blick auf die Ensemble-Prognose. Also die ganz frischen Ensembles vom Nullurlauf der Amerikaner bis zum 5. Januar. Und was soll man dazu noch sagen? Das Mittel der Temperatur bleibt schön gleichmäßig um die 5 bis 7 Grad bis zum 5. Januar. Da ist kein Winterwetter mehr in Sicht. Heute wirklich für Winterfreunde extrem ernüchternd. Selbst die einzelnen Berechnungsläufe liegen fast alle im Millenbereich. Nur ganz wenige gehen mal runter in den Frostbereich. Und immer wieder Regen, Regen, Regen. Das Hochwasserpotenzial, es bleibt sehr hoch und es steigt merklich an. Auch im Westen des Landes ein extremes Hochwasserpotenzial. Viel Regen in den nächsten Tagen. Die Temperaturen anfangs um die 10 bis 12 Grad, danach ein bisschen kühler um die 5 bis 7 Grad. Aber auch hier gilt kein Winterwetter in Sicht. Selbst die Ensembles, nur ein bis zwei Ensembles, rutschen mal kurz bei den Temperaturen in 2 Meter Messhöhe unter die 0 Grad Marke. Aber der Großteil liegt hier im positiven Bereich. Das gleiche hier in Ostdeutschland. Auch hier insgesamt relativ mild um die 10 Grad. Dann ein bisschen kühler um die 5 Grad. Aber das Temperaturmittel, es bleibt bis zum 5. Januar über der 0 Grad Marke um die 5 Grad. Immer wieder zum Teil kräftiger Regen. Und wir blicken nach Süddeutschland. Auch hier viel Niederschlag. Aber das fällt alles bis in die höchsten Lagen als Regen bei Temperaturen um die 10 Grad. Und auch danach immer wieder 8, 9 Grad. Und das bis zum 5. Januar. Die Chancen auf Winterwetter sind verschwindend gering in der Ensemble-Prognose der Amerikaner. Und wir schauen noch in die Landesmitte hinein. Auch hier nichts Neues zu sehen. Um die 10 Grad über den Monatswechsel hinaus. Dann ein bisschen kühler Werte um die 5 bis 6 Grad. Auch hier bis zum 5. Januar kein Winterwetter. Ich sagte es eingangs, wenn das so kommt, hat Noah am Ende doch noch recht gehabt. Mit dem leicht zu warmen Dezember 0,5 Grad plus kann auch rauskommen. Bei diesen sehr hohen Temperaturen bis zum Jahreswechsel. Wer hätte das noch vor 5, 6, 7 Tagen so geglaubt. Und da ist er auch schon, der neue Nullurlauf der Europäer. Ah, und siehe da. Die haben weiterhin nach Weihnachten nochmal den Vorstoß kalter Luftmassen im Programm. Und diese Kaltluft würde genau nach Weihnachten nochmal Schneeschauer bringen. Schneeschauer bis in tiefe Lagen. Also das ist schon so ein kleines Kontrastprogramm zu den Amerikanern. Denn die belassen es auch nach Weihnachten eher bei der milden Wetterlage. Aber die Europäer sehen nochmal so einen kalten Einschub, der da kommen könnte. Der wäre aber auch verschwunden schon wieder bis nächsten Freitag bis zum 30. Dezember. Das ist auch die ganz frische Prognose der Europäer. Dann auch hier warme Luftmassen in 1500 Metern Höhe. Also wahrscheinlich, wenn die Europäer recht behalten, Mittwoch, Donnerstag ein bisschen kühler. Aber Freitag und Silvester und Neujahr schon wieder deutlich wärmer. Und dann ginge der Mildwinter auch dort weiter. Das war es vom Wetter hier auf wetter.net. Tschüss bis morgen. Später meldet sich hier Kati für euch. Macht's gut.